Sebastian Williams hat mich gestern fast auf dem Weihnachtsmarkt geküsst. Emily, sei bitte vorsichtig. Er ist angeblich ein Bad Boy und soll ein Secret Girlfriend haben. Na, Emily, willst du mit unserem Winterabenteuer von gestern fortfahren? Lass mich in Ruhe, Sebastian Williams. Ich bin nicht einer deiner Secret Lover. Ich bin ein Bücherwurm. Und so versteckte ich mich hinter den warmen Seiten meines Buches. Hey, wer zum Henker bist du? Ich bin Miles Horan von der weltbedingten Band. Nicht noch so ein weltberühmter Popstar von irgendeiner Band. Nein, ich bin anders. Wirklich? Ich lese auch Bücher. Genauso wie ich. Emily, ich habe gehört, dass du meinen Stepbrother kennengelernt hast. Ich habe jemanden neuen kennengelernt, aber ich glaube wohl kaum, dass das dein Stepbrother sein könnte. Miles Horan? Emily, was machst du hier? Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Nobody can drag me down. Sebastian Williams?